dann gucken wir mal ein bisschen rein weil ich habe nämlich vor ich habe nämlich vor die 32k erweiterung heraus zu löten wie war das nochmals soft reset hard reset floppy reset und was das für ein schalter ist das weiß ich nicht mehr hier die schaltbaren speicherplätze für die jeweiligen größen des speichers kilobyte dann klappen wir das ding mal auf und das sieht dann so aus ja da ist es ein bisschen wusste lichter drin und hier ist auch schon das 32k kilobyte steckkarten modul drin also die erweiterung die sitzt fest drauf